Was geht YouTube? Herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf dem Kanal Scorpion Plays. Ich habe mit dem guten Reapers eine Runde-Duo gespielt und die Runde hat mir vom Unterhaltungsfaktor mit am besten von allen meinen Fortnite-Runden gefallen. Es war jetzt nicht High-Kill oder so, aber es war trotzdem lustig, hat Spaß gemacht auf jeden Fall. Bisschen Cross-Play-Action mit Reapers. Viel Spaß beim Video, lass gerne ein Like da. Let's go! Boah, hab ich dumm gezwinkert, Alter. Das wird eine klassische Reapers-Etage bei mir. Ah, wobei, wahrscheinlich eins drunter. Boah, Digga, wie hier schon wieder Stau ist in der Luft, das ist ja nicht mehr normal. Aber dafür kriege ich jetzt wenigstens die Munition als erstes. Ja, nice. Hier ist auch nichts, gut. Hier ist auch nichts. Digga, warte. Hier ist noch ein Mini zum Biggies, Digga. Liegt hier irgendeine Waffe? Hier, gönn dir. Gönn dir Mini. Willst du noch Biggie? Hier, gönn dir. Oh, danke. Aber eine Waffe liegt hier nicht, oder? Nope. Hast du schon eine, ja, ne? Ja, eine. Ah, jetzt noch ein Biggie für dich. Perfekt. Dann nehm ich die Scar. Ja, mach das. PC, glaube ich, tiltet immer ein Tod. Keiner geht tiltet auf PC. Scum, persönlich triffst du nur. Hier ist einfach gar nichts, ne? Auf der Playstation wählen die 500 Leute. Ja. So ein paar Bands. Eno, danke dir für deine 100 Bits. Los geht raus, mein Lieber, danke dir. Ja, Bands findest du halt wirklich weniger, Digga. Es gibt aber dafür die Überbands. Es gibt halt solche Leute, die, aber ich musste auch heute in Deutschland lachen, was du da wieder für einen getroffen hast. So ein, ich glaube, der saß da mit so einem Busch, ähm, also er war nicht im Busch, aber da war so ein kleiner Busch neben ihm. Hier ist noch ein, äh, du hast schon voll, okay. Ähm, und du hast ihn dann getrappt am Ende, aber du hast so gesagt, ich hätte noch gerne noch länger mit ihm gespielt oder so. Ach so, der Rolf Regis. Ja, genau. Er saß da so ab mit so einem Busch, Digga, das war so lustig. Ah, der Arme. Hast du den Gegner gesehen? Ah, L bei... So, machen wir das. Ja, lass mal hinsteppen. Ja, die fighten da. Natürlich nur Double Barrel. So viel zum Thema Band, Digga. Schnelle Hinrichtung. Alter, wie viel da liegt. Kriege ich die Double Barrel? Ich bin Bastard, warte, wir trainieren. Danke dir. Nein, ich gebe sie dir zurück, weil du hast mir den Diggi gegeben. Digga, du klaust ihn mir auch noch. Dafür habe ich dir die Double Barrel wieder hingelegt, hier. Besser ist das auch. Junge, ich gebe ihm den C4 nochmal ein Pumpit. Hier, der andere kommt. Das ist der Omega-Lull. Pass auf. Oh Mann, wo ist der OG, Digga? Jetzt macht der wieder auf den, Digga. Ja, Digga. Er ist motiviert. Hier, geht jetzt auf mich drauf. Ihre Sonne zerstört, Bruder. Hau rein. Du machst Marcel, Digga. Marcel haut den Leuten ja auf die Nase. Mit der Nase? Oh, Megalull. Okay, warte mal. Da sind Bandles. Die brauche ich jetzt. Brauchst du? Hier. Ich habe. Ah, ich habe 15 gefunden. Nein, Digga. Dieser Transfer, der anfängt. Er ist der beste Dancing Game. Jetzt haben wir eigentlich genug. Hier müsste man jetzt eigentlich noch alles looten können auf der Erde. Auf PC gibt es keine schlechten Spieler. Ja, andererseits ist das ja Crossplay, was du hier machst. Ja, Crossplay denke ich immer, dass das eigentlich die schlimmsten spielen müssen. Warum auch immer. Ich denke immer so, warum sollte man sonst Crossplay machen, wenn man nicht einen Trihardt auf dem PC kennt oder so. Und dann selber Trihardt Konsolenspieler ist. Stimmt auch, Digga. Aber ich bin immer so ganz krass, aber glaube ich, bei Zocken und Lobbys und so von früher noch. Ganz schlimm. Hast du noch Blue Left? Ne, Mann. Ah, hier ist eine Chess. Ich hoffe, dass einfach ein Chak-Chak drin ist. Das wäre einfach mal lecker. Mir ist schon zweimal passiert. Real talk. Ich hätte gesagt, komm jetzt Chak-Chak. Zweimal aus einer Kiste dann. Instant ein Chak-Chak rausgezogen. Das ist nice. Okay, wir müssen gleich los. Den Biggie hast du am Stizzle. Ich habe zwei Minis für dich, ja. Ah, okay, das ist nice. Okay, die sind geriftet. Die gucken bestimmt nochmal an Tilted vorbei. Ich habe einen Port Fortress. Nice. Hier. Ja, die kommen. Oh, warte mal. Ja, gut, dass... Hinter mir ist noch einer, Digga. Oh mein Gott. Ich habe den hinter mir... Guck mal, das ist manchmal, wenn du im PC spielst. Du hörst die Gegner manchmal nicht. Da habe ich auch schon gehört. Warte mal kurz. Oben ist noch einer auf Dingens drauf. Daniel, also verschenken nochmal fünf Subs. Wo ist der? Einer ist auch oben auf Glockenturm drauf. Ich habe dir zwei Headshots gegeben. Hast du den anderen schon geholt? Nein, nein, ich habe dir nur zwei Headshots gegeben. Aber der andere, der bei uns war. Ja, der ist dort. Ah, sauber. Der liegt hier rum. Der, Daniel, vielen lieben Dank, Bruder. Irrker. Trick 17. Nice. Come nice, vertrau mir. Ah, er hat Dingens gejustet. Da kann man die Fresse halten. Haha, sauber, Digga. Dabei bloß Spaß, die Waffe. Gönn dir jetzt noch eine, wenn du willst. Naja, warte. Jetzt nehme ich sie. Zone kommt gleich. Gehen wir mal nach unten. Wo ist sie? Irrker, Daniel, wirklich. Danke dir, Mann. Hast du zufällig noch mal Blue Life? Wahrscheinlich nicht, ne? Ähm, also ich muss mal schauen, wegen Dingens. Haben die Bandus oder so gedroppt? Weil sonst... Nee, Mann. Gar nichts. Okay, warte mal. Dann schaue ich mal eben, dass ich die Bandus von eben nochmal abhole. Okay, so weit müssen wir eh nicht. Dang, 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 dang. Ich liebe diesen Bandus einfach. Hatten die Mads? Digga? Ähm, was? Hatten die Mads? Wie viel hast du? 200. Warte, ich gebe es gleich. Ähm, schreib mir mal bitte 20 Minuten vorher, bevor du kommst. Hier ist ein Lagerfeuer, Diggi. Oh. Lass alles teilen. Teil einfach alles. Ja. Okay, das war ein guter Deal. Ähm, Dingens, ich habe die anderen Bandus irgendwo anders gelassen. Ja, hier, komm. Komm. Komm zu mir. Schnell. Komm, schnell. Bist du oben? Nee, du bist unten. Hier unten. Schnell. Geil. Ja, du bist noch nicht drin. Ich kann immer noch... Jetzt bist du drin. Lecker. Ich bin so... Du bist so ein kleines Iglu, Alter. Das ist ein süßes Iglu. Okay. Dann komm mal her. Warte. Ah. Ja, mach doch nicht dein Iglu auf. Doch, jetzt. So. Stell ich mal hier an die Kante, bitte. Pusche uns vor. Jetzt springen sollen. Wo willst du mich handeln? Ja, geht doch. Ja, geht echt. Wie rotierst du immer über Dusty, ne? Gehen wir jetzt Ruinen, oder? Hm? Bitte? Ruine? Ach, wir hätten eigentlich Loot Lake. Ja, guck. Ich wusste es, denke. Loot Lake ist immer. Man muss von Tilted immer nach Loot Lake rotieren. Deswegen frage ich ja gerade. Na, da hüpfen die auch gerade rum. Ja, weil da immer Gegner sind. Ruinen, immer. Es gibt keine Runde, seitdem der Bounce Loot Lake da ist. Nachdem ich da hingehörig bin, dass da kein Gegner ist. Ja, die sind da beide am Strand gerade. Für uns Urlaub, sagst du? So schön hinter denen laufen jetzt. Nee, lass Highground taken. Komm, komm, komm. Weil die gehen ja in meiner Richtung gerade. Oder kannst du flächen, Digga. Hast du geschossen? Nee, ne? Nee, nee. Auf die wird geschossen. Oder die schießen sich gegenseitig. Ich habe keine Ahnung, was die da machen. Die sind beim Baum. Lul, einer ist knocked. Nee, doch nicht. Auch die fighten selbst, Digga. Ja, ich sehe da einen. Lost, glaube ich. Oh, erstmal Hitkassi, weil ich das gesagt habe. Aber die werden halt auch... Einen habe ich von denen. Ich glaube. Hab ich's. GG. Dann da hinten noch. Ja, ja. Lass den pushen. Oder unser Hack holt. Wir müssen uns weihen. Deswegen ist Camter da jetzt in seiner Base, oder? Was hat die hatten noch? Juck, Juck. Ah, jetzt geht ihr mal rushen. Hab zwei Hits gegeben. Er dreht sich um. Jetzt müsstest du ihn eigentlich picken können. Warte, ich helfe dir ein bisschen. Okay. Er ist komplett hier unten. Hast du ihn? Noch nicht, ne? Jetzt verarschst du mich aber. Okay, ich hol schnell das Hack. Viele nimmt man. Ich hab noch zwei freie Plätze im Inventar, das ist gut. Was ist da alles? Kannst du alles nehmen? Ja, ja. Alles, was gut ist, kann ich nehmen. Juck, Juck, die Mads. Mads hatten die wahrscheinlich keine, weil die nicht gebaut haben. Die waren ja komplett vom anderen Sternlass. Da ist noch ein Rift für uns auf ihre. Oh Gott, ich hoffe, den will ich mal nehmen, ich mach's mal kaputt. So, da jemand jetzt schnell hinsetzt, würde mir gar nicht schmecken. Ähm, Chak-Chak hast du, ne? Ja. Dann geh mal her, den nehm ich gleich. Jo. Dann gib den jetzt schon mal am besten. Hier ne Medikids. Da, lass den Dings mitnehmen, Rift. Ja. Spiel doch Burst die Runde anstatt Auto-AR. Hä? Spiel doch Burst, Rudi. Ich mag Burst mittlerweile auch mehr. Du hast mich fast noch rausgedrückt mit deinem 360. Okay, hier unten war wieder so ein ganz schlimmer Baukampf mit 90 Degrees, mit allem. Lass da erstmal nicht hinsteppen, weil ich muss noch mein Chak-Chak drücken. Jetzt würde ich eigentlich auch gerne pushen, aber... Lass einfach ein bisschen weiter fliegen, hier so Anfang von Retail. Hey, komm zu mir, komm zu mir. Wir fangen die gerne ab. Ich will den nur trinken, dann gehen wir da rein. Okay. Du kannst ja schon mal spectaten. So ein Degel-Clip gebe ich ihm jetzt einfach. Der Teaser-GD, was geht? Alles fresh, Diggi? Wie du dich auflädst. Wie ein fettes Paket. Okay, let's go. Okay, ganz oben links ist schon mal keiner mehr. Die sind alle in der Mitte. Die sind schon am Ende des Baufeils, wo die sich unten pushen. Das heißt... Das muss man auch irgendwo fangen. Lass die erstmal abstorben. Die werden wohl noch ihre Wunden lecken. Wunden lecken, Diggi. Und du sagst zu mir, kommt Zeit, kommt Rat. Das ist ein alter Spruch. Hä? Wunden lecken? Das versteht man aber auch vom Dinger sofort. Kommt Zeit, kommt Rat. Ja, wenn Zeit vergeht, dann kommt Rat. Ja, da kann es für viele stehen. Fahrrad. Spaß. Ah, da unten sind die. Ah, die Arme. Die Arme, Bastard, Alter. So hingerichtet worden, Diggi. Das Loot-Paradies nennt man das auch in Bekanntem. Wow, das ist wirklich sexy. Sexuell anziehend hier. Schnell, 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 Diggi. Die Zone kommt. Ja, ja, ich nehm den kurz. Oh, nee, warte. Ich nehm ihn nicht. Ah, doch, warte. Ich mach das so. Hey, ich hab meine Waffen weggegeben. Ich bin fett. Oh, ich hoffe, du hast ein Lagerfeuer, Diggi. Warte, die P90 nimmt noch mit. Support, fort. Ich hab so gechockt, Diggi. Hast du's? Warte, mach an. Warte, warte. 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 Ich hab sogar noch die P90 mit dem. Hast du Lagerfeuer? Ne, ne, warte, guck ich gleich. Wir haben so unnötig Schaden geholt. Warte. Ja, das war doch meine Base. Der Wichser. Kommt den mit C4. Push nicht so hart, Diggi. Du kriegst so hart Sturzschaden, wenn du jetzt fällst. Ich mach C4, Session. Wow. Du Pender, Diggi. Jetzt hab ich auch noch gezündet, Diggi. Ich hab einfach mit 490 angeschossen auf die Range. Hab falsche Waffe in der Hand gehabt. Okay, ich hiel mich jetzt kurz. Warte, ich hiel mich kurz, okay. Trotzdem rushen, er ist eigentlich alleine. Ein Rad, wie wenn du deinen Eltern nach einem Rad fragst. Ja, ich weiß. Aber er hat ja Fahrrad gesagt und das würde ich am ID geschrieben werden. Ne, ne, kommt Zeit, kommt Rad. Das ist halt echt so mäßig gemeint. Comment die Zeit vergeht und dann weißt du schon, was zu tun ist. Ich find den Spruch eigentlich gut. Boah, Diggi, ohne dieses... Alter. Lulululululul. Lulululul. Der Bastard. Guck ihn dir an. Der Bastard. Das ist lustiger. Was der macht. Hier ist ein Lama. Und der trappt nach Slalom. Undişkt voll weird aus irgendwie. Hast du ihn geholt? Nein. Ich warte, ich komme. Warum will ich das Lama nicht nehme? Guck ihn euch an, Schatz. So ein 31er Sohn. lange nicht gesehen er will das aber nicht mal mitnehmen das ist halt das schlimme wo ist der typ ich habe ein lagerfeuer hast du schon getötet ich habe drei sachen inventar nach wie vor er war hier naja da ist er doch prinzip 21 prinzip das sind immer im prinzip ich versuche immer auf distanzen leute einfach nur kurz anzuden wo ist er denn die leben verlieren aus dem berg hinter dem berg ich glaube ich gehe auf den berg drauf ich gehe über den zwei der menschen unterwegs ist irgendwo hier unten safe und wächst sich ein irgendwo digga schon da ja das ist ein kraftwerk dinge da vorne wir jagen jetzt schon seit einer stunde aber das ist doch geil macht mich auch an digga wenn wir ihn kriegen weißt du wie befriedigend das wird digga oh mein gott es wird so geil auf jeden fall wird er gleich auf dem berg sein und da ist ein rift 187 ist der maximale schaden ich habe es gerade getestet 187 auf seinen kopf hier ist ein rift können wir nutzen komm hoch ist auch noch genau in der zone digga ok hier sind drei rift digga das midi kitz ich digga Marcel nimm den biggie nein nein scheiß drauf wir gewinnen auch so gib mir den biggie ich will deinen biggie auch ich habe eh zwei warte ich wurde angeschossen aber wir können riften na lass mich erstmal den biggie nehmen ja aufhört schwanz raub mich an 187 chat minimum 150 auf körpertreffer 187 in seinen face lächerlich lächerliche waffe einfach okay also von wo der schaßen hat muss irgendwo weh gewesen sein kass mich lass an die muss aus dem game die muss einfach aus dem game Marcel hat komische gedanken ja okay riften wir riften nochmal digga auch rein keule digga ich glaube das war's komplett für mich baut wieder nicht digga komm digga jaja digga what the fuck ich hab einfach nicht getrackt digga ich hab nicht getrackt dass ich auf der anderen Seite bin und dann war meine Treppe so gedreht man und dann musste ich erstmal klarkommen hier unten siehst du das hier unten sie schießen auch auf mich ich glaub er macht ernst ich bin mir aber nicht sicher alter du pusht der schon hitz 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 hartz hitz ach 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 geil digga mit der falle auch noch mhm richtig die irre genommen ach hier ist ja schon sein hack gib hack hier ist noch ein biggie digga ja warte den nehm ich das ist wirklich kompliziert was brauchst du noch sonst hab ich alles ja warte hab ich ein lager frei ne leider nicht hm vielleicht hier unten ja noch ne doch ein jagger gönnt ihr echt jetzt naja das ist natürlich und slurp ich sag ja kommt Zeit kommt Rat bruder es sind sogar zwei slurps kommt Zeit kommt Rat digga richtig ich müsste eigentlich ein slurp trinken aber scheiß drauf nein nein nimm den jaggerle hast du noch bluelife reserve dann kann ich ja noch eins slurp geben ja ja ich hab alles also ich brauch nichts ich hab zwei biggies und äh ja es sind eh noch zwei ja 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 oh hier ist noch ein bisschen hack hm geister hinterm truck natürlich trifft bei mir wieder gar nichts harte hits harte hits digga die sind einfach digga hä beide sind durch den sturm gestorben echt ja digga ich hab ihm so ich hab ihm glaube ich 180 schaden gemacht und die letzten 5 hat er wahrscheinlich vom sturm bekommen digga ne digga ich drück auch so ab mit meiner double goal es kam einfach kein schuss raus null das war eine lustige runde die hat mir gefallen digga die hat mir richtig gut gefallen also Leute lasst ein like da falls ihr euch auf youtube hochladen haut rein bis dahin und ciao okay